Nur kurz nach der offiziellen Scheidung von Amira Pocher, wurde Oliver Pocher mit einer Blondine gesichtet. Doch was steckt hinter all dem und wie tickt der Comedian wirklich? Darauf lieferte Ex-Frau Sandy May-Wölden nun eine Antwort. Er streckt wieder seine Fühle aus und hat seinen Radar auf Empfang geschaltet. Oliver Pocher, 46, ist dafür bekannt, dass er sich gerne mit schönen Frauen umgibt. Kurz vor dem Scheidungstermin genoss er Paris. Die Stadt der Liebe, mit einer hübschen Blondine, unglaublich. Und frisch geschieden von Amira Pocher, 31, vergnügte er sich auf dem Rammstein-Konzert in Gelsenkirchen. Dort wurde er doch prompt mit gleich zwei Begleiterinnen gesichtet. Wie es scheint, sollen es Freundinnen von Comedian Oli sein, der sich selber zum Liebeskasper ernannt hat. Es ist wirklich erstaunlich, dass der gebürtige Hannoveraner nach seiner bereits zweiten Scheidung gleich wieder mit sogar zwei Frauen loszieht. Was hat er, was manch anderer Mann offensichtlich nicht hat? Seine erste Ex-Frau Sandy May-Wölden, 41, kennt die Antwort. In Barabara Schönebergers, 50, Podcast mit den Waffeln einer Frau verrät sie. Er hat das allergrößte Herz und ist eine treue Seele. Sie meint weiter, egal, durch welchen Sturm wir gegangen sind, und wir haben uns wirklich bekämpft, wusste ich. Wenn die Kacke am Dampfen ist, kann ich ihn anrufen, und er ist da. Das ist bis heute noch so, und darauf kann ich mich blind verlassen. Dass man das Gefühl hätte, der Comedian würde viele Themen nicht wirklich ernst nehmen, hätte laut Sandy einen Grund. Es ist oft ein Schutzschild nach außen, der Lustige zu sein. Selbst die frisch geschiedene Amira fand wenig später versöhnliche Worte für ihren Ex und sagt, dieser Mensch wird mir niemals egal sein. Egal, was er getan hat oder wie gemein er zu mir war oder ist. Na, dann können die nächsten schönen Frauen ja kommen. Egal, was er getan hat.